So Auch hier Ich hab da noch geleuchtet Ich brauch ein Ortsschild, wo... hallo... Irgendwas steht da draußen Aber es ist... Oh, er schießt auf mich Oh man, hör auf Hörst du es auch schießen? Nein, nein, nein Da bin ich schon weg Nein, nein Er schießt auf mich, wie in Wilder Dabei hab ich ja gar nichts Oh, oh Ach, Mann Du hattest gesagt, Sultan gegen die eine Seite, Bridgemoor in die andere Seite rüber Okay Okay Ich bin jetzt Richtung Bridgemoor gelaufen Ja Ist gut so Weißt du, wo ich bin? Ja Heils ist Käse Okay Da schießt einfach das Schrottschild auf mich Mhm, der hab ich vorhin schon gesehen Ich bin schon deutscher Markus, weiß wo ich bin? Ne Oh, du Rennbahn Okay, cool Da komm ich grad rübergelaufen Wolle ich da warten? Ja Wenn du Möglichst hast Ja, ja, ich sitz mich jetzt hier in den Bildschrank Ich weiß nicht, wie lang der mich verfolgt Okay, das sind auch nicht ganz so gesondene Leute Also komm her, hier ist früh Ja Also komm her, hier ist früh Was? Hora, Hora, du Scho? Hora, Hora, du Scho? Liest du das, was da unten läuft, oder nicht? Ich hab's jetzt gar nichts gesehen grad. Bei mir wird an Area ganze Zeit was gesendet da unten. Okay, ich hab nichts gesehen. Sicher, dass wir den gleichen Zau benutzen? Aber Regen hat aufgehört, bei dir auch? Ja, eben. Das kann sein, dass es nicht so weit läuft, das Schreiben. Ah, okay. Areal, das ist ein Areal hier? Hier läuft einer. Ich spür's. Wie weit hast du noch? Wie weit hast du noch? Ich wollte mich grad über Essen ab. Hä? Ist doch der nächste Hügel. Sollte ich gleich bei dir sein. Sag mir, wenn du das Haus siehst, oder vor dem Haus, oder stehst du so. Ich werd dich auch nicht mehr erschrecken. War echt übel, war? Ach, schade, Mensch. Schade, Mensch. Schade. Ich wollte einfach nur so wuchi wuchi machen. Haha. Das hat geklappt. Hast du da gleich die, dass du gleich die Klippe runterspringst? Ich hab' dann gleich, weil ich hab' dann nicht gesucht, dann hab ich nicht plötzlich da oben sehen, ach, den erschreck ich jetzt. Dann hab ich gedacht, ich wollte ja so hinlaufen zu dir, und dann hab ich gedacht, ach komm, lass den Knall, und dann puf, und dann rann gleich los über die Klippe drüber. Ich hab' dann nicht gedacht, dass ich dein Sterbentum bin, wenn ich die runterrutsche irgendwie versuche, dass mir das war. Weiß wie hoch das ist so gewesen. Ich wollte oft in meiner Hand reichen, so, warte, ich halte dich. Wenn du springst mit rein, ey. Ja, Mann. Das ist ne scheiß Lücke gewesen, wo du gesessen hast. Ach, die war gut. Ja, aber die hat mich runtergezogen. Und dann ging's gar nicht mehr. Mich hat's auch untergefallen mit einmal. Mich hat's auch untergezogen, hast du gesehen? Es ist ja, du hast keinen. Der Fabio schreibt gerade. Ich, ich, I, I don't. Jardinal Dschekos schreibt? Kett und Shakes. Ja, jetzt sehen wir's. Alles klar. Sag doch mal, wo das Haus ist. Wann siehst du es, Hans? Ich hab' gestrückt. Das Haus siehst du immer noch nicht. Doch, 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 da hinten kommts. Ich bin am Zaun jetzt. und Zorn der Kultusstraße von der Straße komme ich hier aber so an der Seite das heißt wenn ihr welches Schreiben lassen die Anzeige ja drüben in dem Ort wo sie mich geschossen ok ich sehe das Haus von hinten jetzt immer so ich bin an der Mauer ich bin drinnen wo bist du ja vorne ich bin vorne nö zum Geländewagen da steht so ein kaputt der Geländewagen ja ja also geh doch hin moin du musst gar nicht so weiter schleichen ok ab hier stehst du nicht lindern 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 wo hier ein Helm auch kein Mensch oh die schreiben auch viel du hier ich schreibe richtig viel du Boom Headshot 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 ja hat eingestellt hat ihn getötet das ist dann der wo mich umvisierte ja der hat umgeballert der hat umgeballert unglaublich ja das amerikaner ja ja doch die Bösen ich hab Sprit genommen ich kann nicht ertauschen Sprit gegen mein Leben oder so ha 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 jetzt gehen wir noch über ok man ok also Freunde was sagt uns das er schreckt mich nicht beim Spiel ich springe gleich die Clip runter das tut mir leid ich wollte ja selber weiterspielen was rennst du denn so oder so ach so hast du was gefressen davon das Problem ist das Problem ist ich brauch essen und trinken ja auch da hinten ist ein riesen Feuer sehe grad das war das Boom Headshot oh da brennt was megamäßiges das Straße unbedingt meiden also hier vorne gehts grad ab in die Stadt hier ist es nicht also dass das helle Licht ok ne warte mal ja ah krass hier rüber hast du das gesehen komm hoch komm hoch ja das hab ich das hab ich ne ewig gesehen ja das ist geleuchtet ja aber nicht wenn du ranzoomst so hell wirds da hier ist ein Häuser überall hier grad hier ich weiß da bin ich hergekommen da hat er mich herum geschossen der Typ von hier drinnen aus von hier aus bin ich weggerannt in den Wald rein und Paul rinnt auch irgendwo rum also hier soll man auf jeden Fall vorsichtig ich schieße wütige Leute hier ja ja aber wie kommt man jetzt an Waffen das ist das Problem ja haus rein also geh du mal rein jetzt komm ok ich geh mal rein und geh ohne Licht rein toll ich sehe ja gar nicht ich sehe ja nicht mein Eingang hier ja mach Licht an kann man gerade Hunter vorhalten ich hab Essen gefunden für dich was hast du alles nicht oder nicht? ja ah doch jetzt ja ok Essen und Trinken hab ich gefunden eine Schnur zum Erhängen ich höre jemand rein bist du das? ja bin ich ja ja ich bin ja ich Paul ist mir ziemlich nah auf den Ferse ach so ich bin fertig ich bin ich da drüben ist jemand genau bist du ne? ne ich mein da drüben ja meine da drüben das blaue Haus komm her Mox das Blaue, da drüben. Komm her, Mann! Komm, stell her! In dem blauen Haus, guck in dem blauen Haus rüber. In dem Baum da drüben. Wo ich hinguck. Da geht Licht an gleich. Warte. Der hat da nicht gesehen. Wahrscheinlich, ne? Ich geh an das Haus hier ran. Ich geh an das Haus ran, ja. Guck auf das blaue Haus, ob sich da was rausbewegt, Mensch. Ja, guck mal ruhig drauf, da. Ich guck vor allem, ich rauch die andere Richtung mal da. Also scheiße, wenn wir beide drauf gucken. Der hat bestimmt meins gesehen. Ja, der hat ein Licht gesehen. Was? Hast du? Verdammt, wo ist der jetzt hin? Ich hasse es, wenn die einfach zu verschwinden. Ja, wir auch. Das Problem ist, hier gibt es kein Busch oder sowas, ne? Zum Verstecken, richtig. Scheiße. Oder war kurz fertig, aber wo ist der denn hingerannt? Der wird ein Licht gesehen haben. Ja, was macht ihr jetzt da drinnen sitzen los? Vielleicht ist er rausgekommen. Wir werden ja den Ausgaben finden, weißt du? Licht angemacht, raus, Licht ausgemacht. Christus, weißt du? Mit Wednesday. assa MDR achte achte mal drauf ich mache noch was was vielleicht lock ich ihn ja irgendwie ich höre jemand ich glaube dass Paul ja nein es war anderer ja in meinem hause wo wir im Verstand versteckt haben mit Waffen alles ausgerüstet ist irgendwie rausgerannt wegen meinem Licht okay da wo wir eben dran waren im Haus ja ich habe mich voll versteckt wenn raus versteckt weil er raus gerannt ist er hat mich die Waffe gezogen er hat die Waffe gezogen das Haus kann die Waffe gezogen ich bin rau hinten raus dann ist ja doch andersrum gekommen du ja ja wo ist er jetzt hingerannt ich bin gegenüber von dir ne ich höre 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 ich bin hinter dem Haus bin ich hinter dem Haus das sind zwei Ausgänge Marcus er ist auf der anderen Seite er ist er ist links von dir Er schleicht Ja, und ich sitze in der Ecke Er rennt weg Er kommt aber, Markus Von hinten? Nein, nein, er läuft weg Das bist du ja gar nicht so gewesen Nein, nein Er läuft weg zur nächsten Seite Also rechts von dir läuft er weg jetzt, rechts Zum gelben Haus ist er gelaufen Nein, er ist im Grauen weiter Eben, er ist im Grauen weiter Scheiße, ich dachte Also nicht da, wo wir herkamen Nein, nein, genau gegenüber Okay, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ja Ich habe das Licht gesehen, ja Ja, okay Siehste, und er hat sich voll erschrocken, weil er mich gesehen hat Im Haus drin Ich komme jetzt Ich komme jetzt von der linken Seite Achtung, er läuft raus Ich sehe ihn Er läuft zum gelben Haus Nee, er läuft zur anderen Seite rüber, zum blauen Ja, ich sehe ihn Er geht rein Und ich bin gegenüber von dem Haus, wo du bist Ja An den dicken Baum Okay Ah, jetzt sehe ich dich Scheiße, ich habe den Falschen angeguckt Er kommt zu dir Er kommt zu dir Oh nein, 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 nein Ich raue ab Ich raue ab Ich raue ab Lauf weg Ja Er geht nur noch rein ins Haus Ja Alter, ich bin nicht da Ich habe mich in dem Baum versteckt Ich sehe ihn aber in dem Haus drin Das läuft er wieder Er läuft weg Er sucht dich immer wieder Voila Jetzt läufst du wieder zum gelben Haus Oh nein, jetzt geht er ins Graue wieder Scheiße, wenn wir jetzt keine Waffen haben, gell Declar Ja den würden wir jetzt aufs Korn nehmen jetzt geht er zum gelben Haus, jetzt ist er ins gelbe ok jetzt kann ich gucken kommen, jetzt kann ich gucken kommen damit du ihn auch siehst jetzt hat er Licht an dem gelben gelbe Haus ist das nächste Haus, ne? das gelbe, ja, übernächste Haus jetzt läuft er weiter jetzt läuft er wieder dahin, wo es für ihn geleuchtet hat Achtung, er kommt wieder direkt wieder? verdammt, ey ne, ne jetzt habe ich jetzt habe ich ihn nicht mehr gesehen, sehe ich nicht mehr ok, ich sehe ihn er ist an der Seitenstraße drin ich komme rüber, ne? jo so ah bist du das? am, am Haus, am Baum, ja am Gewisch komm ins Haus ran hinter, an die Mülltonne, an die Mülltonne hier ich bin hier ja, jetzt, ich... ja, ich bin direkt an der andere Seite von der Mülltonne über dir ich hab Paul ich komm vor zu dir ich komm vor zu dir ja, ja ich steh nicht so drüben was? wo? wo? ja, ne ach ne, wenn du ranzoomst nur, ne? ok, ja ok wo ist der Typ jetzt hin? ah, das war über das mit dem Typ eben ja, wo ist der? noch ist es nicht vorbei, der Spuk der ist nämlich da zum blauen Haus gerannt, in die Richtung das heißt, wo ist der jetzt so lange? ja, wo ist der Punkt? ich hoffe ich wieder von hinten ach schon wieder also hier brauchst du den großen Zimmer suchen, weil er sich das geholt hat, ne? ich geh mal hier rüber ich geh hier rüber ich geh hier rüber du bist links von der Straße ich bin rechts wieder im Zaun ich bin ja hin und her gelaufen er hat mich trotzdem nicht gesehen im Schatten weil ich habe gesagt bist du und wie gesagt ich habe eine Rennung dann dachte ich das wirst du da kommst du rein ich weiß aber so okay ich zieh kein bisschen Uhr anzauern anzauernische Straße wie hier sie über die Moodle hier nicht besser Karte Scheiße ohne Waffe weißt du was du denn von der Waffe hat dieses komische Leserwaffe ja wir sollten auch gucken dass wir irgendwie ne ja endlich in Bekleidung finden was das für uns ich hab noch 20 Prozent zum Essen oh ich mache es war so genau rein in den Haus alles leer gelotet hier da ist blaues Licht an da ist blaues Licht wenn du rauskommst wenn du rauskommst rechts über die Straße drüber ich bin leider hinter dem Zaun ich bin hinter dem Zaun rechts über dem Zaun drüber siehst du blaues Licht nein siehst du mich hier drüben hier nein hier drüben da ist ja auch hier und da drüben ist blaues Licht wo wo in die Richtung hilft drüber hier lang ich komm hier nicht drüber wo ich weiß nicht wie ich drüber gekommen Alter wo achst du das nein ok ich bin ganz ruhig ich bin ganz ruhig ich scheiße mich jetzt in die Hosen ja man der Schuss war sehr nah ich stehe im Zaun Mann Alter ganz bisschen Gebüsch nur hinter mir ja ich seh ich steh genau auf der anderen Seite vom Zaun ist du kühl alter das war der Typ gewesen ne ja IMD Ah die beiden gehören zusammen der Marco hat eben gefragt ob er ihn erschossen hat der andere der Bam Bam hat geschrieben ja er ist tot ich bin noch Bam Bam Ach du bist Bam Bam Ich muss das Essen machen, mal den Rucksack aufmachen, aber das ist so laut. Scheiße, ey. Ja, Mann. Ich versuche ihn leise zu öffnen. Mach das. Ich hab nix gehört. Alter. Er steht hier irgendwo. Ich lock mich aus. Jetzt hält mir bitte, lass es regnen oder so. Irgendwann, jetzt brauche ich die Maguita. Ich bewege mich jetzt kein Zelewäder mehr. Jetzt kommt der Mond auch noch. Der war irgendwo auf meiner Seite drüben. Also du brauchst eigentlich keine Angst haben. Der war auf meiner Seite. Aber der hat den Rucksack gehört, deswegen bannert er. Dass wir wegrennen. Scheiße. Ja, Mann. Es wird immer heller. Mit die Hose wach. Scheiß Vollmund. Oh, kann jetzt mal eine Wolke kommen oder es wird so hell? Also ich höre auf jeden Fall kein Geräusch und so was, ne? Vom Laufen her. Nee, nee. Der sitzt. Und der will uns rauslocken und den rumballern. Hat er uns irgendwie gehört eben? Ja, ja. Das Laufen. Der ist der immer noch. Ich bin es grad nicht gelaufen, ganz seit. Aber ich hab nen Rucksack geöffnet. Das hört man doch. Das hörst du auch. Ich höre über deinen Rucksack auch mal, wenn du aufmachst. Okay. Denk dran, wenn du rumgucken willst. Ah, halt. Halten. Dann bewegst du dich nicht den ganzen Körper, sondern nur den Kopf hin und her. Ja, und ich sehe sowieso nichts hier außer schwarz. Ich wäre froh, ich hätte sowas. Ich sehe ne riesen Lücke, wenn er hier an mir vorbeiläuft. Ich würde mich ja am liebsten hinlegen. Ich höre ihn, ich höre, ich höre ihn. Ja, echt? Atmen, oder? Nein, laufen. Ich mach mal ganz laut hier. Entschuldigung, Leute, es ist laut. Ich will dich hören. Scheiß, scheiß, schönes Wetter. Ich kotze ab, ey. Wieso kommt das jetzt? Ich weiß nicht. Ich glaube, der schleicht hier rum noch. Ja, ja. Wenn der jetzt einmal ringsrum im Zaun läuft, dann läuft der direkt in meine Arme. Oh, scheiße, ey. Alter. Das ist übel, das ist so übel, jo. Ah, Mann. Ah, hab ich schüttelt. Jetzt brauche ich mal die Flair Gang. Ich brauche ich überhaupt nicht Gang. Ich habe nur Mittelfinger. Und strecke ich ihn aus. Wo sind die Fistenpunkte? Ach, das war in einem anderen Spiel. Wo ich schon vergeben habe. Ach, scheiße. Alter, Schwede. Wo kriegt der denn die Arme rum, ey? Der muss auch mal was essen. Ich hatte einen Rucksack voll mit Essen. Ja, aber das türkt man doch dann, wenn der anfängt mit Essen. Und dann vergewaltigen wir ihn. Mein Leben geht schon wieder runter, ich habe nichts mehr. Ich habe nur noch 17 Prozent an Getränke. Ja, doch. Ich 57 jetzt, weil ich eine Pepsi getrunken habe. Ja, es ist leicht. Ich höre es. Ja, es ist hier, Max. Du möchtest nicht, oder? Nein, ich bewege keinen kleinen Finger. Erst hier, Max. Ich glaube, er steht direkt hinter dem Zaun von mir. Das Problem ist, dass ich hinter dem Zaun auch stehen. Wenn ich jetzt ein Fahrende habe, dann fällt der Tod um mich. Ich hoffe nicht, dass er direkt an mir vorbeirennt. Da müsste man sich wirklich hinten hinlegen noch können, ey. Oh, Mann. Ja, Mann. Hinlegen und Taschenlampe aufs Gewehr oder so drauf tun. Jungs, hört zu und lachen. Ihr Macher. Ihr Entwickler. Taschenlampe aufs... Auf... Auf die Waffe drauf schnallen mit Tab. Und hinlegen, Fandi. Ganz klein machen. Wie eine Schnecke. Also, bei 5% mache ich Rucksack auf. Ich habe mal 15% habe ich jetzt noch Getränke. Bei 5% mache ich Rucksack auf und trinke was. Dann hör mal gleich wieder rumschießen. Anders geht's nicht. Ja, ich weiß schon. Ja, bis jetzt geht's. Dann sind wir einer von den Leichen, die diese Skelette wieder rumkriegen. Wo wir dann das Essen und Trinken finden, immer so. Ah, okay. Oh, das ist übel. Das ist so übel, du. Ja. Ich weiß nicht, wie lange er ausraben kann. Auf der Zwecke ist er nicht. Wir haben schon immer den Fehler gemacht, den Friedrich losgelaufen. Er hat sich für mich ausgelockt schon. Ich schlafe, ich schlafe, ich schlafe, ich schlafe, ich schlafe, ich schlafe, ich schlafe. Und wir sitzen immer noch hier. Scheiße. Das ist übel, das ist so übel, ey. Weil er hat eine Schrofflinse, ne? Was hat er da? Eine Schrofflinse. Ja, Mann. Die macht nicht gerade kleine Löcher. Doch, viele kleine Löcher. Ach so, okay. Ich sehe nur schwarz, Leute, es tut mir echt leid, dass ihr nur schwarz seht. Ich aber auch. Dann versuchte ich doch mal so hinzubiegen, dass du was siehst. Ich bin genau in die Büchstrinne. Es ist alles schwarz krenges herum. Halt doch mal alt und zieh die Maus nun her, dass du vielleicht siehst, wo ein Ausgang ist von deinem Schwanz. Nach oben. Nicht, dass du vielleicht schon in deinen Arsch steckst. Nach oben kann ich gucken. Nach oben kann ich gucken. Aber das Gute ist, ich habe 60 FPS hier. Ich habe mich ja nicht aufräumt. Ich kann dir auch sagen, es ist so dunkel wie ein Bärenarsch. Es wird einfach nicht schöner. Es wird im Hintergrund. Wo ist das Schwein? Ich könnte dir doch mal einen Rucksack öffnen. Mach du das, meiner. Ich mach mal. Oh, ich habe Wodka. Ich trinke auch was Wodka. Achtung, ich trinke. Das höre ich alles nicht. Okay, man hört. Doch, ich habe es gehört. Ach, das habe ich bei dir gehört. Nee. Doch, doch. Ich habe das durch dein Mikrofon gehört. Man hört sich selber nicht. Okay, den Rucksack selber habe ich euch gehört. Okay. Also dein Rucksack höre ich gar nicht, wenn man den so aufreißt. Und auf was hat der immer geschossen? Man hat dann 50. Ja, eben, wie sie hat er dann geschossen? Vielleicht ein gutes Timing gewesen. Wie lange wachte der jetzt hier? Ach, der ist schon weg, komm. Okay, sollen wir dann Richtung dem blauen Licht vorlaufen oder wohin? Anders komme ich jetzt so nicht raus. Was für eine Frage, du. Ja. Gleich, puh, 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 puh. Sitzt du mal an dem Bretterverschlag? Ja. Ich laufe schon weiter. Ich fühle mich an den Bretterzau. Hörst du mich? Nein. Ging dran, Rädchen drehen, ne, wenn du läufst. Hörst du mich? Nein. Ich wüsste, wo du bist. Ich bin hinter dem Bretterverschlag. Ich bin vor dem Bretterverschlag. Ah, so laut. Ich versuch dann, ich versuch dann Eingang zu finden, aber es gibt keinen. Siehst du noch dein Haus, wo du warst? Ja, ich geh grad wieder an die Kurve hin. Ah, laut rascheln. An die Kurve gehst du wieder hin? Ja, da, wo ich hergekommen bin. Okay, ich hör dich. Ich bin sicher, ich lauf nicht. Nicht ganz leise Schritte. Ganz leise Schritte. Nein, nein, ich steh. Jetzt lauf nicht. Ja. Oh, kommt man hier irgendwie rein ins Gelände? Okay, da kommst du. Genau da bin ich. Wo? Hier bin ich. Hier. Hier. Wo? Nein, nein. Hast du das gut? Ich stehe hinten auf der Straße. Komm ich da rein, bitte? Ich komm nicht rein. Nein, ich bin drüber gesprungen hier. Aber hast du das gut, sagst du? Er hat hier geschossen. Ja, ich bin drüber. Oh, ich bin drüber gesprungen. Oh. Oh. Oh, ich bin drüber. Hier ist blaue Licht. Wir sind auch da, oder? Ja. Der ist wohl angefackelt, oder? Ja. Bleibst du? Ja, ja. Ach so. Ich brauch was zu essen. Jetzt fängt es an zu regnen. Toll. Ah, da bist du. Okay. Du musst noch rutschen können. Ja. Nur mal X drückt. Was war das? Das war ich. Was soll ich? Was soll ich fahren? Ja. Ja. Ach, hier ist die Wand. Ach, hier ist die Wand. Ich schaff's nicht drüben. Soll ich auch hier? Ja. Bisschen aus. Nein, nein, noch nicht. Paul. Brauchst du was zum Essen jetzt? Ja. Ja, wir könnten mal reingucken in so'n Haus. Komm wieder her. Renn dann rüber das Haus rein. Ich passe hier wieder auf. Ja, genau. Ja, mach erst drinnen dann nicht an. Hier muss ich gehen. Ja, du brauchst ja essen, dann soll ich gehen. Aber du brauchst essen. Hallo? Gleich Puff. Ja. Ich bin auf jeden Fall ein Jäger. Ja. Den er Jagd macht auf Leute. Ja. Weißt du was gut ist? Hm? Wir sind die Gejagten. Sind sie gut? Nein, eigentlich nicht. Was ist das immer mit dir? Äh, das hörst du? Ja, ich fühl das irgendwie knurtern im Magen oder was ist das? Ich bin so weit runtergerutscht. Nein, nein, das ist das ist durch die Brille. Durch die Brille und das Pol-Pol-Pol-Storm. Vollkommen, ich guck ihn nur dumm an. Tschüss, eben nur mit uns. Ich bin so weit nach hinten. Was ist denn? Und nach hinten. Du machst was. Rennung weg. Und da raus. Glocke. Und da raus. Und da raus. Und dann raus. Oh, du wirst du dann weg. alle Kauter er steht so weit Nino kommt so weit kann er sich das merken du er ist aber nacht er ist aber nachtranke schon ist er da ach bist du du ich höre ihn aber das hätte mir ich bringe mit ist er hinter mir ja er kommt rein ich habe ihn hinter mir ja und ja ich habe es hinter mir beide also loatet mal kräftig ne ich hier gibt es leider nichts mehr ok ich habe ihn abgehangen wo ist denn hin in der Mitte von der Straße dann lassen wir in die Straße rein dann lassen wir in die Straße rein ja gar keine Waffe richtig haben aber echt drüben drüben rennt einer ganz schnell nein ganz schnell drüben ganz schnell fahrt zurück in das Haus wo die Fackel steht wo die Fackel liegt in das Haus wo das helle Licht dran ist ja ich sehe es ich sehe es im Buschrein ja oben ist er oben oben das heißt er kann uns sehen wenn er raus guckt ich bin im Buschrein ich bin im Buschrein ne das weiß man eben nicht bist du links oder rechts äh weggerutscht äh er ist hinten raus sie kommen ja ja was heißt hinter uns also in unsere Seite er ist rechts rum er ist links raus aus dem Gebäude nach vorne weg nach vorne weg das heißt er wird höchstwahrscheinlich das Gebäude jetzt neben wo wir sind hier ja du bist links an das Haus gegangen ne ja ok ich bin rechts drüben im Gewisch scheiße oder so viel es ist 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 es ist